Ich werde angegriffen! Okay, das kann ich vergessen, den hole ich nicht mehr ein. Herr der Ruhne? Kein Problem! Schon auf dem Weg! Was wünscht ihr? Dort entlang! Schon auf dem Weg! Was brauche ich für Verteidigungstürme? Holz und Stein. Die Gebäude wurde errichtet. Vorsicht, Gegner! Schon auf dem Weg! Okay, ich brauche dringend Verteidigung hier oben. Das ist ein Hinterhalt! Was wünscht ihr? Linien müssen halten! Auf geht's! Wohnenkrieger zu mir! Willst du mir ernsthaft sagen, dass du den Champion hier nicht totkriegst? Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Gebäude wurde errichtet. Zu Dienst! Dann los! Gehen wir es an! Stand halten, Männer! Ich werde angegriffen! Vorsicht, Gegner! Ruf die Wachen! Okay, das ist lustig jetzt gerade. Ich werde angegriffen! Ja? Bin unterwegs! Die Stadt wird belagert! Zu Dienst! Dann los! Hoch und los! Verteidigt unsere Stadt! Ich werde angegriffen! Vorsicht, Gegner! Die Stadt wird belagert! Ein Überfall! Rodenkrieger zu mir. Zu Dienst. Dann los. Stand halten, Männer. Okay, Leda, wir mit den Tälern. Ich werde angegriffen. Wir werden angegriffen. Ah! Ja, kämpft, Männer. Ein Überfall. Rodenkrieger zu mir. Ich bin unterwegs. Ärmel hoch und los. Kommt her und errichtet den blöden Turm. Wir brauchen Türme. Ganz dringend. Die Linien müssen halten. Zu Diensten. Und ihr errichtet mir jetzt schon mal ein kleines Haupthaus. Schon dabei. Wir brauchen nämlich dringend mehr, Leute. Oh, Manni. Bringt euch in Sicherheit! Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Stand halten, Männer. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? Dort entlang. Rodenkrieger zu mir. Schon dabei. Das ist ein Hinterhalt. Okay, ich habe wieder einen verloren, glaube ich. Ja. Herr der Ruhne? So, jetzt brauche ich ein Sägewerk. Ja. Und wir hatten nicht Glück, dass sich die Luzien zurückverwandelt haben. So. Ja. Ja. Für das Ding brauche ich Aria. Ärmel hoch und los. Können wir übrigens in den Baupthaus. Können wir übrigens in den Baupthausen die beiden mal vertauschen. So. Jetzt machen wir mal die Taktik. Wir bauen eine Schmelze hier hin. Herr der Ruhne? Hier haben wir sehr viel Platz. Also können wir da Nahrungs... Gibt es Fische? Ja, es würde Fisch geben. Also sind wir mal effektiv. Verfügt über mich. Gehen wir es an. Auf mein Kommando. So, der erste Schrecken ist schon mal vorbei. Auch wenn jetzt hier wieder Orochs kommen. Und die imperiale Henker. So. Und jetzt die Biene dahinter. Gehen wir es an. Das ist jetzt ein Dach. Ruf die Wachen! Gebäude wurde errichtet. Vorsicht, Gegner! Gebäude wurde errichtet. Hier bin ich. Ton auf dem Weg. So, wir haben Verteidigung. Herr der Ruhne? Wobei ich sie noch etwas ausbauen sollte wahrscheinlich. Gehen wir es an. Das ist ein Hinterhalt. So. Oh, Champions, okay. Wir werden angegriffen. Und noch mehr Imperiale. Imperiale. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. So, Aria abbauen. Ganz dringend. Damit wir hier auch ein... Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? Hier bin ich. Damit wir auch ein Aria... Also der Hunter aufziehen können. So, mittleres Haupthaus. Schreckensritter. Oh. Also die packen wir dann da hinten hin. Gebäude wurde errichtet. Das ist ein Hinterhalt. Okay, Eisen kommt rein. Das ist gut. Gebäude wurde errichtet. So, dann errichten wir jetzt. Nicht eine Rinderzucht. Fischerzucht. An die Arbeit. Hier. Und holt uns nochmal 5 für ein Jagdhaus. Wobei ihr mir erstmal eine Heilhand errichten werdet. Und am besten zwei. Verfügt über mich. Zwei heilende Händchen können nicht schaden. Wobei eine dürfte reichen. Okay. Habe verstanden. Dann los. Oh, das wird wieder dunkel. Das heißt, wir spawnen wieder Lucians. So, unsere ersten Nahrungsbeschaffer sind in der Arbeit. verfügt über mich. Das ist ein großes Haupthaus. Das ist ein großes Haupthaus. Das können wir ruhig hier aufbauen. verfügt über mich. So, ihr geht jagen. Ach, wieder der Größe. Das ist eine größere Ansammlung an Gegnern. Jetzt sollte er als nächstes gucken, dass ich zwei Schmieden und... also einen Schießstand und zwei Schmieden errichte. Ohne Kräger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Dass ich auch mal ein paar Truppen zur Sicherung habe. also ein paar Scharfschützen. Also ein paar Scharfschützen. Also ein paar Scharfschützen. Also ein paar Scharfschützen. Das ist ein großer Scharfschützen. Vielen Dank.